Musik Hallo ihr Lieben, ich hab schon lange nichts mehr auf Deutsch gedreht, deshalb dachte ich, ich mach wieder einen Vlog. Ähm, ich wollte euch diesmal zum Thema Dschungelcamp. Ähm, also ich bin ein Star, wo ich hier raus ein paar Fragen stelle. Ähm, erstmal, wie findet ihr die Show? Guckt ihr euch das an oder ihr nicht? Und warum? Ähm, zweitens, wenn ihr das guckt, wer glaubt ihr wird Dschungelkönig oder Dschungelkönigin? Und würdet ihr selbst bei so etwas mitmachen? Wenn ihr zwei Luxusartikel mitnehmen könntet in den Dschungel, was wären die? Gibt es irgendjemanden im Camp, der euch sehr sympathisch oder eben sehr antipathisch erscheint? Und, ja, was ihr sonst noch zum Thema Dschungelcamp sagen könnt, einfach in den Kommentaren vielleicht ein bisschen ausdiskutieren. Und wenn ihr eine Videoantwort macht, würde es mich besonders freuen. Ah ja, und noch eine Frage, wenn ihr mit ein paar YouTubern ins Dschungelcamp einziehen müsstet, wer wären die und warum? Ja, ähm, das wär's dann für heute und dann sieht sich später.